Boah, Michluck, sind wir jetzt extra so weit gefahren nur, damit Sie sich die komische Pizza am Automaten holen können? Haben Sie schon mal einen Pizza-Automaten gesehen? Michluck, wir wohnen in Köln, wir hätten in 10 Minuten zu einer geilen Pizzeria gehen können. Aber haben Sie schon mal einen Pizza-Automaten gesehen? Nein, hab ich nicht. Ja, Alter, das ist doch voll krass. Das wollte ich schon mal ausprobieren. Wir können jetzt hier eine Pizza holen. Ja, okay, wenn wir eh schon hier sind, super. So, fahren Sie fort ohne Konto? Ja. Ja, geht nicht. Dass Sie kein Konto haben, wundert mich. Ich fahre noch nicht so oft. Oh, dann kann man nicht so viel wählen. Oh, man kann sie sogar kalt essen. Ja, bah, das will auch keiner. Was nehmen wir? Salami? Nee, ich möchte aussuchen. Salami. Oder Pollo. Was ist denn Pollo? Pollo ist Hähnchen. Oh, okay. Meinen Sie, das ist gut bei so einem Automaten, ob das Hähnchen frisch ist? Ja, mit dem Salami ist es natürlich viel besser. Na, stimmt. Bestellen. Bekannte Barbecue-Soße. Oh, lecker! Na, bitte. Bar. Warum? Warum?